welchen content willst du auf meinem kanal sehen ja hallo leute und herzlich zu einem neuen guide von mir beziehungsweise zu einem neuen video von mir kein guide denn ich will wissen welchen content du auf meinem kanal sehen willst ich bin gerade so am überlegen welchen content ich so bringen soll die nächste zeit und da wollte ich natürlich euch mit einschließen denn es bringt halt nichts wenn ich videos abdrehen zu irgendwelchen guides die gar nicht sehen wollt deswegen gebe ich euch jetzt die chance einfach mal in die kommentare zu schreiben welche guides ihr dann gerne sehen wollt und zu den meistgelikten guides oder halt zu den meistgelikten kommentaren werde ich dann natürlich auch ein guide abdrehen oder halt ein video es sei denn ich kann halt zum beispiel zum bvw kann ich halt nicht sehr viel sagen deswegen ist es dort ein bisschen schwierig aber ansonsten wenn ihr halt wünsche habt wie zum beispiel gold guide oder spezielle pvp was oder verschiedene pvp map guides oder in pv irgendwas also es ist egal vor allem pvp und pvp da kann ich halt geist machen spiel annehmen und ja genau also ist halt gefragt leute also ihr könnt den content so ein bisschen auf meinem kanal mitbestimmen müssen wir nur sagen was ihr halt sehen wollt und dazu welchen die nächste woche dann ein video bringen oder mehrere videos natürlich die komplette nächste woche also ich planen so ungefähr drei videos zu machen der wald von nie fällt genau das will ich machen jetzt ist das ding im bild egal auf jeden fall will ich halt drei videos nächste woche raushauen wie ihr wisst vielleicht montag mittwoch und freitag kommen die videos immer und ihr könnt ihr entscheiden was am montag mittwoch und freitag rauskommen ich würde sagen das spiel hier geht los und ich will noch ein bisschen mess mal üben deswegen würde ich sagen sehen wir uns am freitag zu einem neuen guide von mir da kommt auf jeden fall zur sab noch was und zum mess mal will ich halt auch noch ein guide raushauen aber da bin ich noch so ein bisschen am üben und probieren da will ich keine halbherzigen guides rausbringen deswegen übe ich jetzt noch ein bisschen und irgendwann demnächst wird dann hoffentlich dann ein pvp guide zum zum chronomanten kommen mess mal und was ihr dann nächste woche sehen wollt das könnt ihr einfach bestimmen indem ihr mir in die kommentare schreibt was ihr sehen wollt leute das war es dann eigentlich auch schon zu diesem info video wie gesagt schreibt mir einfach in die kommentare was ihr sehen wollt und ich würde sagen wir sehen uns am montag am freitag genau leute bis dahin und tschüss